Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen nehmen immer weiter zu. Syrienkrieg, Ukraine-Krise, das sind nur wenige Stichworte. Ich begrüße meinen Gast Irina Schabakova und wir wollen uns unterhalten über das Verhältnis des Westens zu Russland und auch das Verhältnis Deutschlands zu Russland. Sie haben sich ihr Leben lang damit beschäftigt, mit Deutschland und diesem Verhältnis. Müssen wir die Sorge haben vor der Macht da drüben im Kreml? Müssen wir sie fürchten? Ja, leider muss ich sagen, man müsste sie fürchten. Die ist unberechenbar geworden, undurchschaubar geworden. Und mein Leben hat hier auf dem Roten Platz angefangen. Ich war hier im Jahre 52, drei Jahre alt, wo Stalin noch anwesend war bei der Parade. Und das war furchterregend, das waren schwere Zeiten. Aber dann gab es in den 90er Jahren eine Hoffnung. Und wir haben vergessen, also wie gefährlich es sein kann, sozusagen das, was hinter diesen Mauern sich versteckt. Das heißt, wir haben einen Rückfall aus Ihrer Sicht, einen Rückfall in alte Zeiten. Wie weit sind denn das gehalten? Ja, ich werde ja nicht sagen, dass es ein Rückfall überhaupt in alten Zeiten ist. Aber die Furcht und die Angst, das hat sich herausgestellt, dass das am festesten den Menschen in den Knochen sitzt. Und das kann man sehr schnell wieder sozusagen lebendig machen. Und diese Brücke ist eigentlich Symbol dieser Furcht. 50 Meter von daher ist unser, ich kannte ihn sehr gut, unser eigentlich einer von den bekanntesten Oppositionellen ermordet worden, sozusagen im Hinblick auf Kreml. Also ganz hier in der Nähe auf dieser Brücke. Deshalb muss man schon diese Angst haben. Angesicht des Kreml. Ich habe gerade gefragt, muss man die Macht im Kreml fürchten oder umgekehrt, wie soll man mit der Macht im Kreml denn umgehen? Ja, also wenigstens die Sorge ist absolut gerechtfertigt. Und umgehen, also es ist sehr schwer, mit so einer Macht umzugehen. Aber ich glaube, man muss das Erste, man muss sehr wachsam sein und man muss sich nicht täuschen lassen, irgendwie. Einerseits, wenn man von dem Angst gefesselt ist und irgendwie versucht, das alles zu beruhigen, Epismen zu machen und so. In meinen Augen ist es ein falscher Weg. Das macht nur freie Hände für diejenigen, die aggressiv werden wollen. Aber wenn Sie sagen, man darf jetzt nicht zurückweichen, man muss klar seinen eigenen Standpunkt äußern, auch wenn das zu Streitigkeiten führt, führt das im Zweifel zu einer Eskalation? Haben wir eine Eskalation zu befürchten in den nächsten Jahren zwischen dem Westen und Russland? Und das Schlimmste bei diesen Sorge- und Angstgeschichten ist, dass die Zukunft meistens dunkel ist. Und ich glaube, das ist auch das Ergebnis, also dieser Undurchschaubarkeit. Also wir sollen alle uns fürchten, weil wir nicht wissen, weil es ist so unberechenbar geworden, weil wir nicht wissen, was demnächst passiert. So wie wir mit der Krim-Geschichte nicht gerechnet haben. Also deshalb glaube ich, brauchen wir wirklich sehr kluge, also alles was an intellektuellen, also politischen Kräften da noch in der Welt ist, müssen sie sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Weil ich glaube, das macht die größte Furcht. Wir haben mit der Furcht angefangen und mit der Angst, dass die Menschen über die Zukunft so wenig wissen. Und das betrifft nicht nur Russland, das betrifft, wie wir wissen, ja die ganze EU, sogar Deutschland, die für uns immer so ein Fels der, würde ich sagen, der Stärke und der Berechenbarkeit war. Also das sieht nicht so gut aus, auch in Deutschland. Deshalb, es ist dringend nur, das ist vielleicht die schärfste Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Das Thema Ihres Lebens ist die Geschichte und zwar nicht nur die offizielle politische Geschichte, vor allen Dingen auch zwischen Russland und dem Westen, sondern auch ihre persönliche, ihre Familiengeschichte und über die müssen wir sprechen. Ja, machen wir das. Wenn man hier in Moskau ist und wenn man hier auf der Moskwa mit dem Schiff fährt, dann sieht man, wie herausgeputzt Moskau aussieht. Gut, das ist mehr oder weniger ein realistisches Bild für Moskau, weil Moskau frisst ja, kann man ja sagen, also die Hälfte des ganzen Einkommens des Landes. Gibt zwar auch von sich etwas ins Budget, aber frisst auch auf. Und ja, aber Moskau ist nicht ganz Russland. Das ist eine riesige Stadt, das ist eine eigentliche Stadt, wo offiziell 10 Millionen Menschen leben, aber das ist natürlich nicht ganz Russland. Und das kommt zum Teil natürlich auf Kosten von anderen Orten Russlands und von den Regionen, wo es wirklich, wenn es keine Millionen statt, wenn es keine Millionen statt, also die kleinen Siedlungen, die kleinen Städte, vegetieren ja wirklich dahin. Da muss man ja nur hingehen. Und das andere, man nennt dieses Russland das schwache Russland, im Unterschied zum starken Russland, das wir hier, also ganz deutlich, also was wir hier da sehen, ist dieses starke Russland. Aber es gibt ja dieses schwache Russland, das Russland der russischen Provinz mit der Arbeitlosigkeit, also mit der Misere, mit ganz kleinen Löhnen von Menschen. Und ich mache keine Schwarzmalerei. Das ist mein Land. Ich lebe hier. Ich will, dass es besser wird. Also täglich will ich das. Aber leider muss man das, muss man der Wahrheit in Auge sehen. Nur da kommen ja sozusagen keine oder sehr selten irgendwelche Fernsehgruppen dahin. Aber es scheint ja, Wladimir Putin, wichtig zu sein, Russland zu präsentieren, nicht nur als starkes Land, sondern auch als offenes Land, als liberales Land. Wenn wir an einem Stadion wie diesem hier jetzt gerade vorbeifahren, dann möchte man dokumentieren, wir sind eine weltoffene Gesellschaft. Ist das tatsächlich in Russland so? Nein, nein, ich glaube, das kann man ja nicht mal so dokumentieren, dass es weltoffen ist. Ja, also schauen Sie, wie viele Sicherheitskräfte auf der Straße sind. Das glaube ich, das habe ich fast nirgendwo auf der Seite. Aber ist das nicht Angst nur vor Terrorismus? Das ist leider nicht nur Angst vor Terrorismus. Und wie man Terrorismus bekämpft, das ist eine andere Frage. Nein, also das ist auch zum Teil, man schützt sich auch von dem eigenen Volke. Und wahrscheinlich haben alle jetzt in den letzten Jahren mitverfolgen können im Fernsehen, wie brutal. Unsere Demonstrationen auseinandergejagt werden, was mit den jungen Menschen passiert und so. Nein, es ist sozusagen das Bestreben zur Machterhaltung, natürlich. Und das soll sozusagen diese Ordnung schaffen. Und für die Bekämpfung vom Terrorismus, glaube ich, braucht man Offenheit und Transparenz. Und das ist wohl das Wichtige wahrscheinlich. Sie haben gesagt, dass die Diktatur auch etwas sehr Anziehendes hat, etwas sehr Attraktives hat. Was ist denn das Attraktive einer Diktatur, die wir jetzt nicht unterstellen, selbstverständlich für Russland, aber die ja zumindest ein paar Ansätze hat. Oder ein autoritärer Staat und das ist sozusagen mit Zügen einer Diktatur und so. Ich glaube, anziehend ist es, dass die Entscheidung nicht bei dir selbst liegt, sondern bei jemandem anderen. Der für dich dann irgendwie das Leben regelt und für dich entscheidet. Und noch etwas, was vermittelt wird. Man tut sich sehr schwer, woran soll man eigentlich glauben? Also Demokratie, was ist das? Also das hat man in Russland nie gehabt. In den 90er Jahren haben wir auch keine Demokratie gehabt. Ja, was eigentlich, was soll das sein? Was ist denn das? Daran ist schwer zu glauben. Das ist irgendwie grau, widerspruchsvoll. Aber Sie waren doch selber euphorisch und begeistert über den Fall der Mauer. Und haben gesagt, das ist eines der größten Ereignisse. Natürlich. Warum ist diese Euphorie gebrochen? Ich denke ja nach wie vor, aber ich war, erstens gehörte ich zu den, nicht zu dem größten Teil der russischen Bevölkerung natürlich, die damit also nicht viel zu anfangen wussten. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen dann denken. Also das ist ja, das ist jetzt alles geregelt. Also irgendjemand wird das für uns entscheiden. Und diese Demokratie ist grau, das ist keine Sicherheit für uns. Und man ist, und man hat ihnen eine sehr bequeme Parole angeboten. Stabil, die unsere Gesellschaft wird stabil. Also es wird Ordnung sein. Also ihr bekommt auch etwas, ein kleines Stück oder von diesem großen Erdöl, Erdöl- und Gaskuchen. Aber wir sorgen für die Stabilität. Und was diese Freiheit oder Demokratie ist, ist so undurchschaubar. Und ich glaube, diesen Deal, also manche bewusst, manche unbewusst, sind viele Menschen in den Nulljahren gegangen. Aber nach 2000 hat sich ja im Grunde diese Autorität Putins immer weiterentwickelt. Wir haben mit großer Überraschung darauf geguckt, dass er quasi sich selber wiederwählen konnte ständig. Und dass auch diese politische Stabilität eigentlich in Russland immer größer wurde. Wollen die Russen eine liberale, eine demokratische Form, wie sie im Westen existiert, nicht haben? Nein, ich glaube, dass die Mehrzahl der Russen, was ich schon gesagt habe, weiß nicht wirklich, was man darunter verstehen soll. Und das war natürlich eine Täuschung Anfang der 90er Jahre. Man hat ein bisschen daran geglaubt, dass plötzlich, wenn die Parteiherrschaft weg ist und wir nicht mehr diesen Kommunismus aufbauen, dann wird es schnell passieren, also diese Marktwirtschaft, der Übergang zur Marktwirtschaft und es wird vielleicht so aussehen. Wissen Sie, es war so ein beliebtes Spielzeug, das schwer zu ergattern war in den sowjetischen Zeiten. Aber das war, und das wurde aus Deutschland exportiert. Und das war diese Modelleisenbahn. Das wünschte sich jedes Kind. Also wo schöne kleine Züge so regelmäßig hingefahren sind, mit kleinen Stationen und alles so schön und sauber, mit kleinen Bäumchen. Und irgendwie hatte man unterschwellig ein Gefühl, jetzt, wenn wir uns jetzt von der kommunistischen Herrschaft befreien, dann wird es langsam so funktionieren. Aber es stellte sich heraus, dass es nicht für ein Imperium, also sozusagen für dieses, ja gut, das war ein sowjetisches Imperium. Und der Fall dieses Imperiums und der ganze Umbau und der ganze Umbau der Wirtschaft als etwas ganz, etwas sehr Schwieriges, oft Blutiges. Aber hat dieser Umbau nicht funktioniert? War der Versuch da, nach dem Fall der Mauer in den 90er Jahren, das unzustrukturieren? Es hat auf eine ganz andere Weise funktioniert, als man sich das vorgestellt hat. Und im gewissen Sinne, sehr interessant, man hat den Kapitalismus in Wirklichkeit, oder quasi Kapitalismus gebaut, den man so stark kritisiert hat in den sowjetischen Zeiten. Man hat ja die Filme gezeigt, wo in den kapitalistischen Gesellschaften jeder, jeder, jedem ein Wolf ist. Und das geht ja so unsozial. Und Freijournalisten werden dann ermordet. Und es gab ja sehr viele solche Filme über diesen, sozusagen über diesen schlimmen Westen. Und komischerweise hat man oft ein Gefühl, dass man quasi dieses Modell realisiert hat. Dieses schlechten, dieses schlechten, egoistischen Kapitalismus. Also hat man quasi den Kapitalismus übernommen, aber in seiner brutalen und haften Form. Ja, ja. Hat aber den sozialen Aspekt, das was wie in Deutschland, in der sozialen Marktwirtschaft, nicht. Ja, 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 ja. Und dann war man auch bereit, und dann waren auch die Menschen bereit. Also diesen Kapitalismus, den quasi, den wollen wir auch nicht wirklich, ja. Wir wollen irgendetwas anderes, irgendeine Sicherheit. Aber das, also das Problem ist, also auch diese Sicherheit kann man ihnen nicht wirklich anbieten. Es sind ja, es ist der Staat, auch Moskau ist die Staat unglaublicher sozialen Risse. Wir sind hier natürlich ja im Parade, also das ist sozusagen ein Paradebild, ja, wie Sie schon gesagt haben, dieser Staat. Aber wenn wir zum Beispiel irgendwie rausfahren, da sehen wir erst entstehende ethnische Siedlungen von den Gastarbeitern bevölkert, ja, die sozusagen die schwerste Arbeit hier leisten. Weil Millionen sind aus Mittelasien inzwischen, aus Kaukasus gekommen. Und das ist nicht die Parade, das ist nicht die Paradeseite dieser Stadt, ja. Da muss man, da muss man nur ein bisschen rausgehen, ja. Aber kommen wir mal zu dem deutsch-russischen Verhältnis. Es hat immer eine unglaublich starke Beziehung zwischen Deutschland und Russland gegeben, auf allen Ebenen. Das hatte mit den Königshäusern zu tun, ganz früher. Das hatte später viel damit zu tun, dass Deutschland und Russland immer wieder im Krieg verwickelt waren. Und umgekehrt aber auch die Russen durchaus ja die Musik, die Kultur Deutschlands sehr geschätzt haben. Es gab mal Zeiten, wo die sozusagen Zweitsprache in Russland Deutsch war. Sie selber haben einen Großvater gehabt, der Deutsch sprach. Ja, ja, und der auch in Brünn studierte, ja, vor dem Ersten Weltkrieg. Und Sie haben immer eine sehr starke Beziehung auch zu Deutschland gehabt, aus der Familie heraus, aus der Familientradition. Wenn Sie diese, als Historikerin, Veränderungen im deutsch-russischen Verhältnis sehen, an welchem Punkt stehen wir denn im Augenblick? Ich glaube, was diese menschliche Ebene anbetrifft und auch diese Erinnerung, die doch, wie ich glaube, in den Familien erhalten geblieben ist. Die Erinnerung an den Krieg und auch nach Kriegszeiten, wo Millionen von den deutschen Kriegsgefangenen hier waren, also in der Sowjetunion oder umgekehrt während des Krieges die Zwangsarbeiter, russische Zwangsarbeiter in Deutschland und so, dann weiß man eigentlich, wie tragisch, aber eng diese Verbindung, diese Verbindung ist. Und das kann man nicht einfach so sozusagen wegwischen. Sie steckt dahinter. Das ist, die ist verbunden auch mit der Verantwortung, die immer nach wie vor in der deutschen Gesellschaft, Zivilgesellschaft da ist. Die Verantwortung dafür, was Deutschland sozusagen in den 30er Jahren, in den 40er Jahren in die Welt gesetzt hat. Und ich glaube, dass, und ich hatte immer ein Gefühl, dass es eine sehr gute Basis ist für dieses Zusammenkommen. Und man soll ja auch nicht vergessen, also ich rede jetzt von der Seite der Zivilgesellschaft, ja, der kritischen Zivilgesellschaft, dass es die Deutschen waren, die Ende der 80er Jahre oder Anfang der 90er Jahre zu Hilfe gekommen sind. Und ich rede nicht nur von der humanitären Hilfe, ich rede von den Wissenschaftlern, deutschen Historikern und so, die gekommen sind, um mit uns gemeinsam auch über die Vergangenheit zu forschen. Ja, das war ja sehr, und interessanterweise für Russland, es hat mich immer gewundert, nach diesem blutigen Krieg, nach diesem schrecklichen Krieg, also wie man sich zum Beispiel an die deutschen Kriegsgefangenen erinnert, das ist ja, der Hass war sehr, ich als Kind ja, ich bin ja doch Anfang der 50er Jahren aufgewachsen, das waren ja noch viele, auch in Moskau, also in den Außenorten gab es die deutschen Kriegsgefangenen. Der Hass war weg. Der Hass war weg, sondern oft mit Leid, also mit denen, also irgendwie der Krieg, in meinen Augen war der Krieg, dieser Krieg so blutig und der Preis war so enorm für alle Beteiligten auch. Sowohl für diejenigen, die die Verantwortung getragen haben, als auch sozusagen für die Opfer, dass dieser Hass unwürdig war, etwas Unwürdiges. Und es war dann in den 90er Jahren klar, dass man irgendwie sich, dass Deutschland dieser Weg der Befreiung von der Diktatur gegangen ist, egal wie schwierig und schmerzhaft er ist. Und man kann auch aus dem negativen sozusagen Pathos heraus eine Demokratie aufbauen. Und das war im gewissen Sinne für Russland ein Beispiel. Wenigstens für solche Menschen wie ich. Aber dann änderte sich einiges. Sie sind ja Historikerin. Man schaut immer zurück und fragt sich immer, kann man historische Vorgänge, Abläufe in irgendeiner Form als Beispiel zitieren für die Aktualität und den Blick in die Zukunft. Welche Meinung haben Sie? Weil wir ja gerade wieder in einer Phase sind, wo wir sagen, wie konnte es denn sein nach der großen Euphorie, nach dem Fall der Mauer, nach 1990, dass es nun plötzlich wieder zu einem solchen Erkalten der Beziehung gekommen ist? Eigentlich, ich würde ja sagen, dass man vielleicht in Deutschland übersehen hat, also in diesem Gefühl, Russland baut wirklich etwas Neues aus, es entsteht ein neuer Staat, es wird ja alles anders, es gibt sehr starke wirtschaftliche Interessen, die manchmal eigentlich, wo man nicht hinschauen wollte, dass es oft nicht mit den, würde ich sagen, nicht immer mit den reinen Händen gemacht wird, dass oft die Geschäfte nicht wirklich clean sind. Ja, das wollte man nicht alles, das wollte man ja alles irgendwie übersehen. Zu lukrativ waren oft die Geschäfte, ja, weil Deutschland war ein ganz wichtiger Partner. Und ich glaube, man hat da im gewissen Sinne, was menschenrechtliche Geschichte anbetrifft, weggeschaut in Deutschland oft, ja. Oder bei den normalen Menschen war die Hoffnung da, man braucht Jahre, man weiß, man braucht Jahre, um sozusagen aus dieser Erbschaft des Kommunismus rauszukommen. Aber es hat sich ja... Wartet ab, wartet ab, es wird sich schon, aber... Aber es ist doch umgekehrt gekommen, so wie Sie das beschreiben, sagen Sie, es ist nicht immer liberaler geworden und immer demokratischer. Ja, 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 das versuchten wir... Aber wo ist das passiert? Wann ist das passiert? Ja, das ist passiert eigentlich mehr oder weniger in den 90er Jahren schon, zu den Jelzen-Zeiten, als es plötzlich Menschen gab, die sich auf eine sehr schnelle, auf eine sehr brutale und egoistische Weise bereichert haben, die keinen Sinn hatten an irgendwelcher Aufbau oder Festigung der Institutionen, sei es Justiz, sei es Massmediafreiheit und so. Also, die eigentlich geglaubt haben, also das ist sozusagen diese graue Wassergeschichte. Das passt ja gerade für ihre Geschäfte. Und damit hat es angefangen. Und dann war es ein ökonomischer Grund. Das war zum Teil ein ökonomischer Grund. Aber das machte ja eigentlich sehr viel leichter, sozusagen für die anderen an die Macht zu kommen. Und diese Oligarchien der ersten Stunde sozusagen, also sozusagen wegzuschieben von der Macht. Und es kamen auch ganz andere Menschen, Menschen aus den 70ern, wie wir sie nennen, Menschen aus der Staatssicherheit, die sozusagen die zweite Garnitur waren und für die waren überhaupt diese ganzen Parolen, was Demokratie oder Liberalität ist, spielte gar keine Rolle. Das spielte gar keine Rolle. Es ging um Macht und um Aufbau eines starken Staates in sozusagen in ihrem Sinne. Und es ist passiert. Und das ist passiert. Und die Bevölkerung war schwach zum Teil, weil in den 90er Jahren waren sehr viele Menschen natürlich in einem ganz schlimmen wirtschaftlichen Zustand. Also die alte Welt ist zerfallen und die neue entstand ganz, ganz langsam. Und man sah überall diese sozialen Risse und Korruption und Unsicherheit. Also ich glaube, das war ein Nährboden, sozusagen. Aber ist dann nicht eigentlich das, was politisch geschehen ist, so wie quasi Präsident Putin die Politik instrumentalisiert hat, auch auf dem Hintergrund geschehen, dass er sagt, es gibt eigentlich keine Alternative. Man ist nicht demokratisch gesinnt. Ja, 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 ja. Man ist nicht liberal. Ja, 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 und das wollte, und dann wollte man den Russen erzählen. Und zum Teil haben das die Deutschen, also dann kommen wir darauf zurück, war auf Ihre Frage zurück. Und zum Teil haben das die Deutschen auch in Kauf genommen, diese Parolen, also Russland, die russische Seele, die ist ganz anders. Also sie versteht nichts von der Demokratie. Sie will keinen Liberalismus. Also das ist ja etwas ganz anderes. Sie ist sowieso mystisch. Und sie ist sowieso immer in der Bahn eines starken Führers oder eines starken Staates. Aber dann ist doch das, was jetzt geschehen ist, mit dem klaren Statement, so geht es nicht. Wir müssen Konsequenzen daraus ziehen. Das, was die Kanzlerin etwa auch im Zweifel mit Präsident Putin besprochen hat im Zusammenhang mit der Krim, waren sehr eindeutige Aussagen. Es gibt auch sehr heftige Reaktionen aus Russland gegenüber den Sanktionen. Ist das die bessere Politik vom Westen aus? Das ist, man hat so viel verpasst. Man hat so viel verpasst. Man hätte früher anfangen. Ja, man hat sehr viel verpasst. Und dieses, und ich glaube, nicht wirklich hingeschaut, würde ich ja sagen. Aber das ist in vielerlei, ist das ein, viel ist schon zu spät. Und die Veränderung in Russland, also wirkliche Veränderung in Russland, wirkliche Demokratisierung, die kann nur von innen kommen. Sie kann man nicht von außen transportieren. Aber wie soll die Mentalität sich ändern, dass man eine, nach Ihrer Meinung, andere Art liberalere Klimapassie schafft? Nicht, ich glaube nicht. Wir sind ja nicht, also in einer stahlischen Siktatur. Wir sind, die Angst breitet sich wirklich aus. Also man macht punktuelle Repressalien, also man verhaftet die Menschen, also oder vor allem junge Menschen für, ich weiß nicht, also unbefugtes, ich weiß nicht, Tragen eines Plakates gegen, ich weiß nicht, gegen, also gegen die heutige Macht. Oder für einen Link im Internet. Oder für einen Posten im Internet. Ja, also man versucht natürlich, diese Angst einzujagen. Aber ich glaube, dass, trotzdem, ich glaube an Russland. Und ich glaube, also so geht es nicht, also in dem, in so einem riesigen Land, dass man, also die Technologien nicht schafft. Dass man nicht Eigenes produziert. Dass die Karrieren von den jungen Menschen eigentlich geblockt werden, weil überall sitzen ja schon die Kinder von unseren, sozusagen, also Chefmanagern, also staatlichen Chefmanagern. Also das kann man ja nach allen Familiengeschichten ja recherchieren. So geht es nicht. So geht es nicht mit solcher Unfreiheit. Mit solchen, irgendwann, ich weiß nicht wann, niemand weiß wann, aber irgendwann wird, also dieser, sozusagen, kritische Potenzial sich zeigen. Dass diese Wandlung, also friedlich verläuft. Dass, sozusagen, weil von irgendwelchen, würde ich sagen, ja, Umwandlungen. Und was die russisch-deutschen Beziehungen anbetrifft, das ist trotzdem im gewissen Sinne nach wie vor für mich die Hoffnung. Warum? Weil ich glaube, dass diese Erfahrung, die Deutschland im 20. Jahrhundert gemacht hat, wie zerbrechlich eine quasi-Demokratie sein kann, wie schnell die Menschen in einen Populismus und Nationalismus hineinrücken können. Also wenigstens, also ich hoffe, dass das doch nach wie vor in der deutschen Gesellschaft stark sitzt. Also dieses Gefühl, dieser Gefahr. Und das ist, was sozusagen vor uns da steht. Gerade Nationalismus oder Chauvinismus und so in, ja, oder Fremdenfeindlichkeit, Westenfeindlichkeit gegenüber dem Westen und so. Also das glaube ich. Sie haben Memorial gegründet, eine Organisation, die sich damit beschäftigen soll, aus der Vergangenheit, ja, Lehren zu ziehen, sich damit zu beschäftigen, was ist da passiert, was können wir daraus lernen. Sie haben selber gesagt, Sie möchten eigentlich, dass Ihre Enkel die Familiengeschichte kennenlernt. Denn da können Sie viel Geschichte kennenlernen. Ihr Großvater hat noch die Oktoberrevolution miterlebt. Ihr Vater war in Stalingrad. Was können wir denn aus der Geschichte lernen? Ja, also das ist wirklich diese ewige Frage, was kann man aus der Geschichte lernen? Oder kann man überhaupt was lernen? Ja, gut, also wie gesagt, also vielleicht nicht direkt lernen, aber wenigstens die Gefahren verbeugen, ja, die dann in einem Nationalismus, in einem Chauvinismus andererseits oder in einem Radikalismus, wie für meinen Großvater, der hat ja auch fest daran geglaubt, dass man sehr schnell sozusagen, also dieses Zarenreich umwandeln kann und mit gewaltigen, und es ist die Frage der Mittel auch, mit gewaltigen Mitteln, also auch mit dem Terror, wenn es notwendig ist, sozusagen, also damit diese Veränderungen und soziale Veränderungen schnell von sich passieren. Ihre jüdischen Eltern waren in dem Sinne überzeugte Kommunisten, aber in den 50er Jahren passierte in Ungarn ein Aufstand und man hat sich gefragt, ist das das menschliche Anglitz des Kommunismus? Und Sie haben ihn quasi abgeschworen. Ja, abgeschworen. Vor allem meine Eltern, ja, also abgeschworen und hat nicht mehr so diesen Glauben daran, dass man sozusagen, dass dieser Kommunismus in dieser Form, also irgendwie, also den Menschen etwas wirklich, also Freiheit bringen kann, auf keinen Fall. Und ich glaube, das war der Abschied. Und 68, also in diesem Jahr haben wir diese 50 Jahre 68 und das sind ja wirklich, würde ich sagen, große Lehren, auch große Lehren für unsere sowjetische Vergangenheit, weil man hat ja nicht nur, also diesen Prager Frühling vernichtet, gewaltsam, sondern auch, also im eigenen Lande, also Frost, also im eigenen Lande wurde die ganze Situation für Jahrzehnte eingefroren. Aber hat andererseits nicht 1989, 90 gezeigt, dass auch eine Diktatur ein totalitäres System brechen kann? Ja. Ist das nicht eine positive Erfahrung? Ja. Wir haben selber ja gesagt, das ist eine der ganz großen Freuden meines Lebens gewesen, das miterlebt zu haben. Ja, ja, ja. Und das ist eine sehr, wie sagen wir mal, optimistische, optimistische Antwort, dass dann plötzlich, dass man ein Gefühl hat, warum? Ich denke immer auch daran, ich habe irgendwie geglaubt, eine Mauer ist zu meinen, also als ich ein Teenager war, gebaut worden. Warum habe ich geglaubt? Und sie war nicht mal hoch. Warum habe ich ja geglaubt, sondern sie war ja irgendwie klein. Warum habe ich geglaubt, dass sie ewig stehen wird? Und sogar ich, die sehr kritisch gestimmt worden war, habe geglaubt, zu meinen Lebzeiten wird die Mauer bestimmt nicht abgerissen. Und das haben wir erlebt. Und alle Menschen in Deutschland auf Nu, man hat einen Satz gesagt, in Wirklichkeit, und schon war es, und schon war, also sozusagen ist man die Mauer gefallen. Also das war, das war, glaube ich, das ist, glaube ich, die Lehre, dass die menschliche Meinung sich ändern kann. Also eine Historikerin, die optimistisch bleibt. Ganz herzlichen Dank, Frau Schäberkauer, für das Gespräch. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.